Rockstar Games veräppelt mit der PC-Version von GTA 5 die PC-Spieler, der Charaktertransfer von The Elder Scrolls Online auf die Konsole kostet nur 15 Euro und das Erhalten von offline gegangenen Spielen ist illegales Hacking. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und jetzt kommen die News. Im Interview mit der Website PC Gamer erklärt ein Sprecher von Rockstar Games eine Menge Sachen über die GTA 5 PC-Version, unter anderem, dass die eine 4K-Auflösung unterstützt und auch sonst ganz toll ist und dass die von Tag 1 für den PC so geplant war. Oh really? Okay, denn das klingt erstmal nett, ist aber natürlich eine krasse Verarsche für all diejenigen, die sich nur für GTA 5 eine Konsole gekauft haben. Denn das klang früher noch ganz anders. 2012 zum Beispiel, da hieß es, eine PC-Version wäre Abwägungssache und wenig später wollte man zu einer PC-Version dann gar keinen Kommentar mehr abgeben. 2014 hat man sogar gesagt, ja wir machen vielleicht eine PC-Version, wenn es genug Kunden dafür gibt. Ich glaube, wir können das Ganze unter Trolololololol abhaken. Ja really? Für The Elder Scrolls Online Spieler gibt es momentan ein enorm günstiges Angebot, wenn man von der PC- und Mac-Version auf die in Kürze startende PS4- und Xbox One-Version wechseln will. Da kriegt man nämlich für nur 15 Euro einen Charakter-Transfer und obendrauf noch eine digitale Download-Version des Spiels. Um das nutzen zu können, muss man aber zwei Kriterien erfüllen. Zum 1. bis zum 30. Juni 2014 seine PC- und Mac-Version gekauft und aktiviert haben. Und dann bis zum 9. Mai dieses Jahres im Online-Store eine spezielle Version von The Elder Scrolls Online zu kaufen. Die heißt dann The Elder Scrolls Online Thumbrail Unlimited für Konsolen mit Charakter-Transfer. Wenn man das gemacht hat, bekommt man eine E-Mail mit einem Key und weiteren Instruktionen, wann man jetzt seinen Charakter und seinen Client bekommt. Der Charakter wird dann auf die Konsole transferiert und behält sein ganzes Inventar, verliert aber eine Menge Sachen. Logischerweise die Freundesliste, die Ignore-Liste, seine Gilde und aktive Handelsaktivitäten. Ansonsten ist er aber wie auf dem PC. Die Konsolen-Version von The Elder Scrolls Online startet auf PS4 und Xbox One am 9. Juni. Man kennt das. Ihr habt da ein Lieblingsspiel, das ihr über Jahre hinweg spielt und irgendwann schalten die Betreiber dann die offiziellen Server ab. Jetzt dürfte es ja eigentlich niemandem wehtun, wenn man das Spiel so modifiziert, dass es nicht mehr auf diese offiziellen Server zugreifen muss. Wie nämlich jetzt der US-Spielebranchenverband ESA erklärt, ist jegliches Erhalten von offline gegangenen Spielen illegales Hacking und damit logischerweise nicht erlaubt. Das berichtet die Website der Electronic Frontier Foundation. Die ESA beruft sich dabei auf Artikel 1201 des Digital Millennium Copyright Acts und erklärt weiter, wenn sie da jetzt einlenken würden und eben das Bewahren von alten Spielen durch Modifikationen erlauben, dann würden sie Tür und Tor für weitere Hacking-Maßnahmen zum Aushebeln von Kopierschutzmaßnahmen öffnen. Und das wollen sie nicht. Zum Klartext, das ist nicht nur für Privatpersonen so, sondern gilt auch für Vereine und Museen. Zumindest für die Museen wollte jetzt die Electronic Frontier Foundation aber eine Ausnahme erwirken bei der US-Urheberrechtsbehörde, aber selbst dagegen ist die ESA aktiv vorgegangen. Und bevor die ESA uns jetzt auch noch abschaltet, geben wir selbst auf und machen für heute Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Ausgabe. Bis dahin auf legal mit dem Internet verbundenen Spielen weiterspielen.